was geht ab freunde und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich hoffe euch geht's gut heute bin ich in der alten heide unterwegs also zumindest in genauer gesagt im ort saalkamp linie 2 die stadtbahn fährt hier hin nimm euch bitte natürlich wieder zu einem neuen städte vlog und ja bin hier jetzt am endpunkt freunde und wünsche euch viel spaß mit dem video freunde ja 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 Musik Musik Musik